Nein, nur noch 14 Minuten, 33. Äh, 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 wie machen wir das jetzt? Machen wir sie zurück? Oder? Ich glaube, wir müssen... Was? Wir müssen sogar dorthin. Ja, schön. Das hätte ich jetzt ja gar nicht erwartet, dass das passiert. Hä? Ist das nicht das... Aber wir müssen jetzt einen geskripteten Weg, glaube ich, gehen. Ach, die Zeit läuft die ganze Zeit weiter. Ich glaube, wir werden das wieder tun. Ich habe mir das nicht ausgesucht, dass wir jetzt hier rennen müssen. Verdammt! Wir müssen mich eigentlich da runter jetzt. Können wir auch schaffen. Es kam noch kein Kampf wieder, ne? Sind wir jetzt kampflos? Ähm... Ja, wir müssen jetzt hier runter. Den ganzen Weg eigentlich fast umsonst gelaufen. Okay. Zweimal Super ETA erhalten. Ja, natürlich, jetzt kommt ein Kampf. Ne? Kurz vorm Ende kommt ja ein Kampf. Und die Zeit läuft natürlich weiter. Das ist uncool. Square Enix. So was macht man nicht? Man setzt sich die Leute bei einem Rollenspiel unter Druck. Vor allem nicht mit irgendwelchen Zeit-Countdowns. Was soll denn das? Seid ihr verrückt? Das ist ja lieb, wenn Mama sagt, du bist um 8 wieder zu Hause und... 7.59 Uhr guckst du auf die Uhr und du kriegst Panik. Aber wenn ich mir das vorstelle, wenn der jetzt noch in den Endkampf kommt, der ist ja nicht in zwei Minuten fertig. Okay. So. 30.000 Gilbald. Krass. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt ein Kampf hier. Definitiv. Und jetzt machen wir nämlich erst noch einmal... Obwohl, ne, komm, ein Gehkampf. Da ist ein Speicherpunkt. Wir speichern nochmal. Und jetzt bin ich mal gespannt, welchen Weg wir jetzt gehen sollen. Ob wir jetzt denselben Weg jetzt nochmal gehen sollen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dass jetzt das Tor aufgeht, was uns nämlich zurückbringt. Oder wir müssen uns eins aussuchen. Hm. Ah, schön. Der Alarm ist wieder zurückgesetzt. Na, jetzt bin ich gespannt. Ach. Du. Gott. Oh, und da sind wir noch Schwarzmarkier. Und wir sind dagegen. Oh. Ach. Wie. Wie. Wie ist das? Wie ist das bestimmt? Ja. Das sind alle die Gäste. Ja. Oh. 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 Obwohl. Oh. 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 Das war natürlich jetzt gerade der Spruch vom Zauberjährling. Besen. Besen. Sei es gewesen. Oh. Wir können Vivi fangen. Oh. Analyse. Analyse. Oh. Oh. Analyse. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Mit unseren Leuten hier. Warum macht er denn keinen Blitz? Ich denke das ist so ein ultimativer Schwarzmarkier. Haha. Wir haben Vivi ausgeprägt. Nein. Warum muss ich auch irgendwas sagen? Nein. 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 Ah. Komm schon. Machen wir einen Megaphönix oder so. Eine Megaphönix. Ja. Stapel. Und jetzt Gegenstände und einen Supertrank. Ah. Supertrank. Ich habe ihn. Schade. Ich hätte einfach mal nichts sagen sollen. Kennt ihr das? Das ist Murphys. Murphys Lore. Murphys Gesetz. Alles was schief gehen kann, kann schief gehen. Gegenstände. Noch einen Supertrank. Also Megaphönix ist glaube ich hier sehr vom Vorteil. Ich möchte Vivi haben. Ja. Natürlich macht er jetzt nochmal Blitzrar. Was soll das? Natürlich brauchen wir nochmal eine Attacke. Kraftschub. Klar. Mach halt noch fünfmal. Geiss. Ich kämpfe aber auch wirklich hier bis ans. Bis ans Limitier. Jawohl. Und nochmal eine Megaphönix verbraten. Ja. Ich weiß. Ich hätte jetzt eigentlich einen Supertrank nehmen können. oder einen Prank. Ich weiß. Es ist mir alles gekannt. Aber jetzt gibt es auch die 12 hier für den Schwarzen Magier. Jetzt kommt der letzte gleich noch hinterher. So. Blitz. Das macht mir jetzt nichts. Oh. Bis die aber auch noch so ein Mini Rest-HP haben müssen. So. Jetzt angreifen die. 320. Wie hat er? Oh. Er hat viel. Er hat viel. Ähm. Es gibt doch auch einen Zauber. Nicht-Elementar-Magie-Schaden. Ähm. Er hat es da auch, ne? Er kann es nicht machen. Okay. Sie kann es nicht machen. Er kann es machen. Nochmal. Und jetzt geht ihm hier. Vivi. Wir bekommen dich. Oh. Kraftschut. Nochmal. Ich hoffe wir können ihn fangen. Eigentlich. Ähm. Ja. Es ist möglich. Einfangen. Was war das jetzt? Geh Skript halt. Er ist weg. Wir kämpfen bestimmt nochmal gegen ihn. Oder? Nee. Wer hat mich wieder befreit? Wir haben ihn wieder befreit. Vivi. Der geilste Charakter im ganzen Final Fantasy. So kann sie sprechen. Ich habe es auch gehört. Wow. Ein Mirage, der kann sprechen. Hm? So kann sie. Das ist wunderschön. Hehehe. Hast du gerade gesehen? So, Kind. Dein Name ist Vivi? Mhm. So, deine Freunde da sind. Sind sie alle von ihnen zu sprechen, so wie du machst? Freunde? Woher? Wow! Es ist ein paar Meister. Hey! Versteht ihr nicht, dass sie gefährlich sind? Sie sind. Hey! Ihr kennt euch besser als die Acne. Und das ist auch einer der wenigen Charaktere, der eigentlich genauso aussieht wie in Final Fantasy 9. Oh. Ich habe mich beeindruckt. Ja. Bravo. Okay. Okay. So, was können ich und meine Freunde für dich machen? Oh. Eigentlich. Jetzt machen sie alle Blitzrauer oder was? Was machen die? Oh. Hey! Wir wollen das nicht missbrauchen. Komm schon! Ja. Lass uns raus gehen. Also reißt sich jetzt diese Festung Figaro von den Fängen. Endlich ab. Es ist Zeit. Jetzt! Voller Speed vor! Ja. Jetzt! Komm schon! Ja! Ja. Ja. Ein Podracer aus Starforce. Oh ja. 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 Sorry. The Federation was watching me like a hawk, so I... What about Lightning? Is she okay? Oh, yes. I made certain she escaped. After all, she wouldn't have been out there protecting me. Had I asked. Huh? Seriously? She was part of this? Oh, then technically you did help us. Yeah, I guess we're even now? I guess so. Huh? 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 Who was that? Where did it come from? Has it always been there? Looking beneath Figaro? Incredible. That Mirage that possesses power beyond the belief. Huh. Huh. After all, that I put you through, this hardly suffice. But I have some information. Huh? One of the G's is in the land of not but night, correct? Well, I may know where. Really? Where is it? To the west of here. You'll find a big bridge. A colossal crossing that will take you to another continent. That particular continent gets no sunlight. Due to the thick dark skies over head. They even call it the land of the stolen sun. Really? How can place not be not but night? Na dann, machen wir gen Westen auf einen neuen Kontinent. Shake's Helden-Imblem wurde freigeschalten. Chocolate hat neue Gegenstände im Angebot. Und wir möchten speichern. Natürlich. Es gibt nichts besseres als zu speichern. Überschreiben. Natürlich. Also sieht ganz gut aus. Schön, dass uns jetzt Edwin natürlich geholfen hat. Aber dass er uns so... Ne? Hinten... Hinterrücks quasi... Fand ich fies. Huh? Say. Hey. Wow, perfekte Zeitung. Ja. Richtig. Die Sandwürmer in den Phantom-Sands haben immer mehr... Normalerweise ist es mein Job. Können Sie da in meinem Stad und stammt auf den Wrigley und Verdans? Good luck out there! Und wir schauen uns mal hier an der Burg um. Wir können eigentlich gleich nochmal mit dem sprechen. Vielleicht können wir den Auftrag auch gleich abschließen. Denn wir haben ja schon gegen Sandwürmer gekämpft. Good luck! Okay, oder auch nicht. So, schauen wir mal hier oben nach. Was wir hier oben noch entdecken können. Man sollte sich halt immer mal... Oh, geil. Die Aussicht. Herrlich. Ich kann nicht so... Ich kann nicht so... Hm... Ihr zwei. Es gibt einige schreckliche Moralien. Diese Thiefen, die gut für nichts, haben alle... Diese sind die... Sie sind ein Schmerzenste. Hörst du dir raus! Hörst mich! Ok. Rotkäppchen. Ähm... Ich überlege gerade... Haben wir die schon mal gesehen? Ich weiß jetzt gar nicht. Ihr habt es ja gewollt, löscht den Brand der Wüste in euren Kehlen mit einem kühlen Humpen-Kaibo-Bier. Natürlich, was haben wir hier noch für eine Aushängeschild? Ich habe meine kostbare Sandperle verloren, zahle auch Finderlohn der Ameisen-Sölbe. Hm. Okay, den Miradrasor aufrufen. Ich würde sagen, die sind ja zwar nur schon ganz gut, aber wir holen unseren alten Kampfstapel wieder, auch wenn ich es selber nicht mehr weiß. Wie? Wie? Aber der Behemoth kommt wieder. Dann holen wir noch die rechte Klaue. Stärker, schwächer, stärker, schwächer. Besser, Gewicht 6. Ja, 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 ja. Ich möchte gerne mit meinen alten Deckel mitfahren. Tama nehmen wir natürlich auch wieder mit, denn Tama ist wesentlich stärker als alles andere, was ihr gerade so am Start ist. Ich bin auch überlegen, ob ich Sylphie mal wieder mitnehme. Aber wir brauchen noch ein S. So können wir die auch gleich sortieren. Nach Größe, nach Stufe, nach Gewicht, nach Größe sortieren. Genau. Wir brauchen noch ein S. Wir nehmen die Dunkelkralle mit. So, da haben wir unser Hauptdeck hier fertig. Und die hinten lassen wir einfach drin. Ganz einfach. So, jetzt gucken wir mal nach, ob das jetzt auch ausgetauscht worden ist im Kampfstapel. Ja, ist ausgetauscht worden. Und auch so, wie es sein soll. Wir können mal Mira Board gucken. Hier können wir nichts machen. Bei der Dunkelkralle könnten wir noch was machen. Ich glaube, da fehlt gar nicht mehr viel. Das ist super. Wachsamkeit. Macht immun gegen Hinterhalte. Das ist ultimativ. Synchrom Bonus. Klasse. So, jetzt können wir hier mal die Miragen hier mal vollends machen. Keinen kommen. Hintert Gegner an der Flucht. Ist jetzt die Frage, müssen die da mit sein oder reicht es, wenn ich die da drin lasse? Anti-Abwehr-Malus. Das ist gut. Tod können wir noch mit ihm machen. Hat er noch was? Mit zwei vielleicht irgendwas? Ne, ne? Schade. Okay. Geht's weiter zum Goblin. Die haben bestimmt auch cool. Vielleicht wäre das den Goblin, ja. Die End-Mirage. So ein krasser Ritter. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Goblin, bis mal. Danke. Auto-Heil-Trag. Automatisches Einsetzen eines Heil-Trags. Sobald eignet IP durch einen erlittenen Attack und ein bestimmtes Niveau. Niveau sinkt. Ich denke, es wird das Niveau rot sein. So, den Mogri. Ui. Eskorte. Geschwindigkeit. Mirastein-Vita. Gut. Mogri. Prisma. Das. Was haben wir hier noch? Wald-Nocturne. Heil-Taipeh. Wahler-Sogrupp-Mitglieder. Wirkt mehrmals. Schön. Finde ich klasse. Rechte Glaube kann nichts mehr. Tama kann nichts mehr. Der Bomber kann noch was. Oh, sehr schön. Synchro-Bonus wurde erreicht und Feuerverstärkung. Haben wir ihn schon fertig gemacht damit? Nein, auch noch gar nicht. Jetzt bin ich zu weit rausgegangen. Nein. Es geht weiter. Vielleicht finden wir noch so coole Attacken, die wir noch so können. Todes-Augen. Schön flattern. Das ist gut. Magie-Angriff. Präzision. Todes-Augen. Prisma. Ein freies Feld. Magie-Angriff. Machen wir. Okay, der ist halt so Feuer ausgelegt. Das ist auch gut. Und sonst geht nichts mehr. Ja, unser Wasserfrosch. Na, den machen wir doch auch gleich hier mal. Vollends fertig hier. Ich werde viele sagen Instant. Wo man auch immer auf solche komischen englischen Wörter einfach mal eindeutschen muss. Ich verstehe das nicht. Aber jeden seins. Niemann das Beste. Und wir haben jetzt alle fertig richtig. Ja. Ja, haben wir. Gut. Dann. Gehen wir jetzt einfach mal. Achso, mit ihm brauchen wir nicht zu sprechen. Sondern wir müssen jetzt hier runter. Und dann kommen wir auch wieder in die Wüste. Mit unserem Haupt. Hauptdeck hier. Schön. Wüstenregion betreten. Jawohl. Dann schauen wir mal nach, was hier noch so kommen war. Kapitel 16. Duell. Auf der großen Brücke. Oh, oh, oh. So, big bridge. Es ist auf der... Ach. Genau. Hier sind wir vor uns rein in diese wiederkehrende Wüste. Aus der Folge. Und wir müssen jetzt nach links weg. Dort, wo ich dachte, da können wir eh nicht lang. Und wir konnten da ja auch nicht lang. Also ist der Weg, den wir eingeschlagen haben, genau richtig. Und das ist gut. Und jetzt ist nämlich auch hinten der Sturm weg. Der uns daran gehindert hatte, oder hätte, dort durchzubrechen. So, und hier haben wir da auch die große Brücke. Oh. Sehr. Impulsant. Geil. Große Brücke. Na dann. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Getting to the top is... Not gonna be fun. All the say. Still, you have to admire it. Who could have built something like this? Nobody ever built it. A giant summoned it here in ages past. The name is Eiko. My job is to look after the bridge. You've come here to cross it, right? Yeah. So, you were saying that big bridge isn't man made. That someone summoned it here. But like... First, the bridge has a real name. It's Alexander in fact. What? Alexander the Great Mirage. Big Bridge Alexander. Alexander the Great Mirage. It's the true. How did I even miss it? I can sense the bridge is the presence. Dude. This thing is alive? Holy slap. And that's why a summoner like me has to look after him. Oh, wow. So you're a summoner then? Yeah, but it's not like I'm the one that summoned him. Hey, can I ask you something? Hmm? Are you them? The one and only giants from the hills? You were. Yeah. Yeah. That's the word. So, I guess that means it's true. Hmm? Wait a second. If the prophecy is right, you better not even think about it. Don't you dare lead us down the wrong path. Nobody remembers because they're so caught up in the Crimson prophecy. The Azure prophecy, it very clearly says you could bring a salvation or ruin. The divergent futures. Oh, that's right. Princess Sarah did tell us about the divergence. Wait, the what? You're the meme you forgot? I'm starting to worry. Maybe I shouldn't let you use the bridge. Then we're going to fight. Oh, no. We're cool. Me and Raid are totally going to reach the right future. Sure are. Huh? Huh. Well, it's not like I can stop you. The prophecy is about you, not me, right? Go on. You can cross. But don't go causing the apocalypse. Duly noted. So, is there some special the trick to getting to the tippity-top of Alexander? Just get on. I'll handle the wake-up call. The what? Alexander is kind of a sound sleeper. So, it's my job to step in and sort of get things going. Now, off you go. Hmm, okay. Und das sehen wir dann morgen, was hier auf der Brücke passiert. Habt viel Spaß. Und vergesst nicht zu abonnieren und die Videos auch zu teilen, es sei euch erlaubt. Bis morgen. Euer Rico. Und das sehen wir dann.